Hey Zipps! So, wie ist es gegangen? Super ist es gelaufen! Das Team ist super, es war alles super vorbereitet. Wir mussten nur noch singen. Es war wirklich Hammer. Wir sind blown away auf dieser Bühne und es war wirklich Hammer. Was willst du noch besser machen? Es gibt schon ein paar Sachen, die ich verbessern kann. Mit den Tönen muss ich arbeiten. Ich muss meinen Weg überlegen und die Looks aus den verschiedenen Kameras. Das haben wir noch nie proben können, denn die Kameras sind noch nicht rum. Aber wir haben ja noch Zeit und in der nächsten Probe solltet ihr sitzen. Ja, ihr habt das super gemacht! Guten Tag! Danke vielmals!